Ich kann Sie jetzt nicht fragen, ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich habe Sie aber bestellt. Gut, okay, die fährt mein noch. Ich dachte, Sie sind wirklich gut gesehen. Wirklich mutig, so spät Kinder zu kriegen. Danke. Aber Sie haben sich gut erwischt für Ihr Alter. Karl, kümmert Sie um das Kind? Und Sie haben gelegentlich Zeit, sich nach was anderem umzuschauen. Sehr praktisch. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Hast du das ja schon gesagt, Karl? Was? Ich glaube, Sie haben sich gut erwischt. 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 Dass ich so traurig bin, das hab ich gesungen, bis Klausi, der beste Basketballspieler in unserem Rehabilitationsheim verhoffnungslos Behinderte, in seinem Rollstuhl rangeflitzt kommt und kreischt Feuer.